Hallo Leute zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront. Heute spielen wir Vorherrschaft auf dem Planeten Sunnust. Mit an meiner Seite ist wieder Grimsel die Sau. Hallo Grimsel. Moin sind Leute. Ja, heute wollen wir mal in Vorherrschaft gewinnen, haben wir uns gedacht. Da wir letztens ein bisschen auf Small bekommen haben. Letzte Runde war gerade eben, wir haben verkackt. Ja, wir haben aber generell schon, was in Vorherrschaft geht, ein bisschen verkackt. Aber keine Sorge Leute, dieses Mal gewinnen wir. Wir sind dieses Mal die starken Rebellen. Richtig. Ich glaube, da kann man kaum verlieren. Richtig, richtig, richtig. Vor allem, nachdem ich in der letzten Aufnahme so schön mit meinem Bo-Caster abgang bin. Ja, komm, das kriegen wir auch ein. Machen wir das nochmal. Wir holen einfach nochmal. Ich sollte auf jeden Fall kein Problem für uns darstellen. Ja, das stimmt. Welche Waffe hast du denn dabei? Ich? Meine Armbust ist mein EF. Achso. Pass auf, das geschützt war das schon noch. Hm. Ah, leider gibt es noch einen Flieger hier. Ich bin wirklich schade. Ich lebe noch. Ich glaube, die Gegner haben auch bei dem Punkt gerade. Fuck. Ich habe wirklich nicht gereicht, ihn zu töten. Ja, die hände wieder einen. Schade, schade. Gräben, sie gehen in die Luft. Ja, hier ist aber nur einer. Also, ich habe hier doch klar. Da ist noch einer. Da ist aber... Hä, das ist ein Speed da. Egal, ich nehme ihn jetzt. Okay, offen die Luft. Für die Republik. Okay, ich helfe euch mal ein bisschen. Ja, versuch mal, die Geschütztürme auszuschalten. Die sind wichtig. Okay, okay. Wir kümmern uns um den Rest. Ich bin tot. Ich kann mich einfach gar nicht werden gegen die Geschütze. Ich bin viel zu langsam. Scheiße. X-Wing, komm zu mir. Bin tot. Nein, der erste ist weg. X-Wing, Nummer 2, komm zu mir. Nein, nein. Okay, wir müssen uns jetzt so durchschlagen hier. Oh, du bist auch gestorben. Ist gar nicht gut. Da ist nur wieder der Speeder. Wir haben den Speeder kurz vergessen. Ist das... Ist das Papertien? Ja. Komm her, Papertien. Alles tot. Hä, sind doch gar nicht so viele von uns. Wo sind unsere Flieger? Felker! Ich hab ihn. Alter. Da. Scheiß, ATS-T. Mano. Ich bin X-Wing. Ja. Und ich auch. Ja, ich auch. Okay, wir müssen dringend die Geschütze ausschalten, ja? Und den ATS-T. Große Gefahr. Große Gefahr. Wow. Die schießen mich gerade übelts ab. Die Geschütze. Wir treffen auch noch. Wow. Die fallen mit allem auf mich, was sie haben. Erstes Geschütz ist tot. Oder ne, ist es nicht. Achtung, Jäger. Ja, ich seh's gerade. Ich hab Rakete von denen abbekommen. Was sag ich? Wieder eine Rakete. Verfolgt mich. Guck mal nicht drum. Ich bin tot. ATS-T. Die kümmert sich ja nur um unsere Luft. Ja. Luftmänner hier. Ich bin 50 Meter von der Snakeswing entfernt. Haha. Schaffst du nicht, mein Freund. Bin tot. Wir müssen jetzt darum konzentrieren, am Boden zu gewinnen. Mann, der hat mir... Ich hab... Alter! Ja, genau so bin ich gerade auch gestorben, als ich meine X-Wing aufgesammelt hab. Hast du kein Schild? Nee. Nee, ich hab... Ich hab, äh... Scan... Boah, guck mal, wie... Was für eine Luftgelegenheit die haben, als Imperium. Das geht doch gar nicht. Alter, es ist einfach nicht zu glauben. Ich werd hier nur geone-hitted die ganze Zeit. Also, ich mach halt auch Kills. Ich bin dann auf Platz 1, aber... X-Wing und wegfliegen. Was? In der Luft? Alter. Die Kontrollen... Die... Machen uns grad so fertig. Ja. Wir kommen nicht mal bis zu unseren Blutgeräten. Nee. Alter, die Turbolaser killt uns alle. Warte, du hast schon 18 Kills nicht einmal gestorben. Dann müssen wir auf die linke Flanke kommen. Bremse. Ich komm hier nicht mehr weg. Er muss ja mal sterben. Dann schieß ich... Boah. Ey, linke Flanke ballern, die uns auch tot, ne? Mit Boba Fett. Ich spawn bei dir. Nein, das ist doch nicht zu glauben. Warum spawn ich bei dir? Du bist sofort gestorben. Ich spawn bei dir und... Ich sah schon den Anflug nicht so klein. Bitte nicht. Bitte nicht, warum... Ey, dieser Turbolaser, der war tot. Der hat einen Platz jetzt. Ja, 24-0. Der hat 24-0, ja. Es ist das Matchsein des Lebens. Ich war jetzt nur noch den ab, bis er tot ist. Ist mir ja scheißegal, wie oft ich dabei sterbe. Warto wird nicht mit einer tote Anzahl hier rauskommen. Boah, überlebt. Nein! Nein! Ich geh extra in Geschütz rein. Um mich zu sterben, dann sterb ich trotzdem. Ich verstecke mich jetzt hier in dem Haus. Ich verstecke mich hier, wo wir uns verteidigen müssen. Kommst du auch hier rein? Nein, ich geh hoch. Ich hab ne Rechnung auf nem Boba Fett. Da liegt ein Helltron bei dir in der Nähe, ne? Ja. Nein, ist er weg. Ich möchte den im Layer. Das ist ein richtig guter Team-Support dran. Wir brauchen einen Layer. Was will der mit Luke? Was macht der mit Luke bei den ganzen... Mit Luke kannst du die ganzen Scheiß-Sturmtruppen loswerden, damit wir durchdringen können. Ja, aber solange die Laser da sind. Die werden weggebeamt vom Spiel. Weggebeamt? Ja, das spürt mich aber nach vorne im Shop. Alter, mit den Helden stehen sie genau richtig im Punkt, na? Also ich verteidige nur die Basis, ne? Mit dem einen Eingang hier. Nein! Ohne Witz, wir müssen jetzt campen. Wir müssen jetzt hier... Wir müssen den Punkt verteidigen, bis vielleicht ein, zwei von uns durchkommen, den anderen Punkt. Da nehmen, in der Mitte. Alter. Schon wieder tot. Ich werde geschlachtet gerade. Jetzt gibt es keinen Morgen. Guck mal, hier sind zwei... Hier sind ein Typ und ich am Anfang mit einem geschützt und wir töten alle, die hier reinkommen wollen. Okay, mein Ego-Persetive, dann kann ich besser zählen hier. Komm, jetzt musst du dir mal angucken. Helf uns mal hier. Warte, warte, warte. Nein! Das ist nicht zu glauben! Ich hatte den A-Wing gehofft. Spawn bei mir, Spawn bei mir. Nein, ich werde nicht mehr das Spawn. Ja, wir brauchen hier jemand, der uns hilft, das zu verteidigen. Wenn ich und der eine Typ hier sterben, dann sieht die durch, ne? Nein, wir halten die draußen alle von der Tür ab, du Nappel. Ja, und warum kommt da manchmal welche rein? Aber weil nicht alle abhalten können. Wir haben einfach mal alle hier Raketen, Alter. Alle Zielschuss. Nein! Bin ich der Einzige, der hier, wo er fährt, überhaupt angreift? Alter! 41.0 hat das Geschütz oben übrigens jetzt, ja? 43.0. 41.0. Alter! Jetzt hat er 41.0. Ich habe eine Idee, wie wir durchkommen. Kommst du mit? Die sind alle hier vorne bei uns. Wir brauchen ein Jetpack und bist sofort rein. Ja, viel Spaß. Ich habe keinen Jetpack gerade. Ich komme hinterher. Ich bin fast tot. Nee. Alter, da kaufe immer sechs Leute raus. Warum spawnen die alle an der Scheiße? Einen habe ich mitgenommen. Warum spawnen die alle da? Als du sechs Leute gesagt hast, war ich schon drin. Ja, das ist einfach nicht zu glauben. Es sind so viele. Weißt du was? Boah, dieses Geschütz, ey. Dieses Geschütz. Scheiße, ich habe keinen Sniper mit dabei. Fuck. Ich nehme jetzt den Nihon-Torpedo mit. Feuer jeden Nihon-Torpedo drauf, die ich dabei habe. Ja, auf die Geschütze übrigens. Das zerstört die. Fast instant. Ich bin auf der falschen Seite gespawnt. Ich gucke mal, ob ich es überhaupt auf die andere Seite richtig schaffe. Okay. Lass mich hier hoch. Nein. Ihr könnt mich nicht hier festhängen lassen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich habe einen X-Wing. Ich gehe jetzt auf Boah Fett drauf. Du musst auf das linke Geschützer schießen. Bei dem Hangar. Es ist zerstört. Perfekt. Er ist endlich mal gest... Nee, er ist nicht tot. Können wir nicht weiter rum? Ich muss erst mal den Jäger hier oben ausschalten. Das meine ich ja. Er ist weg. Jetzt. Wir bauen jetzt auf jeden Fall Luftunterstützen. Wir haben nur noch eine Minute. Wir müssen jetzt vorrücken. Das Geschütz ist tot. Vorrücken. Los. Der lebt aber immer noch dieser Wartor. Okay, ich schieße in den Luft. Wo ist was in der Luft? Ich versuche gerade das nächste Geschütz auszuschalten. Ja, Mann. Wir nehmen schon einen. Da ist ein Jäger. Oh, der Gott. Nein. Nein. Ich war so weit. ATS ist zerstört. Hey, der nimmt dir mit unserem Punkt ein. Zwei. Zwei Leute. Wir müssen hier aufhalten. Ich werde den X-Wing. Ich bin in der Luft jetzt gerade. Ich versuche auch in der Luft zu helfen. Pass auf, einer verfolgt dich. Dann nicht in der Luft großartig helfen. Weil in der Luft kannst du nicht in den Bunker reinschießen. Ich habe das Geschütz gerahmt, aber es ist kaputt. Ja, wir haben verloren. Wir müssen es wieder zurückziehen. Schade, schade. Wir haben unser Bestes gegeben. Wer war nicht da noch? Man kann nicht sagen, wir hätten es nicht versucht. Ah, Mann. Dieser Wartor. Der hat 50-0. Alter. Was ist das für ein Spieler? Ja, Mann. 50-0. 5. Der ist nicht einmal gestorben, dieser... Das geht doch in dem Spiel gar nicht. Anscheinend schon. Das ist ein kleiner Hacker. Nein. Er hat die Killz ja verdient gemacht, aber irgendwie auch nicht. Ah, komm, wir nehmen schnell auf den Punkt ein. Scheiße, bin tot. Wartor hat mich gekillt. Alter. Wir holen mal den Punkt zurück. 51-0. 51-0. Der muss noch einmal sterben, bitte. Der wird nicht sterben. Wer ich jetzt der, würde ich mich in letzter Ecke fütscheln. Hauptsache, man hat null Tode. Einfach null Tode. Oh! Ich lebe noch. Kommt schon. Wir können das schaffen. Wir müssen einfach nur den nächsten Punkt überrennen. Okay, geschafft. Ist weiter. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Oh, die haben wieder ihr Geschütz. Rein hier, rein hier. Wir können durch. Es ist kein Einbunker drin. Oh, ich habe es oben versucht. Okay, ich bin bei dir. Wir können es schaffen, Corny. Wir können es schaffen. Hinter uns. Fuck. Nein. Du bist tot? Ja. Oh, super. Warum warst du noch nicht da? Ja, weil du im Kampf warst. Ja, ja. Ausreden. Ich bin grundsätzlich nie schuld. Das weißt du doch. Ja, habe ich ganz vergessen. Nein. Jetzt kommt noch mal zu mal in Plotten. Schmeiden. 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 Fuck, RTS-T, Alter. Warte, was ist denn? Alter, was ist mit dem denn hier? Jetzt ist er in RTS-T hier drin. Der ist nicht einmal gestorben jetzt. Das ist... Alter. Das kann nur ein Hacker sein. Das kann nur ein Hacker sein. Geht doch nicht anders. Das kann nur ein Hacker sein. Wir wollten noch besser spielen, haben wir gesagt. Ja. Okay, Leute. Ich hoffe, ich hat es gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In dem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.